Ein siebenjähriges Mädchen hat mir neulich super erklärt, was das Fegefeuer ist. Nach dem Tod gibt es ja diese drei letzten Dinge. Himmel, Hölle und Fegefeuer. Fegefeuer, das ist in unserer Fantasie etwas Erschreckendes, etwas Gewalttätiges, aber es ist ganz anders. Also, ich war in einer Grundschule zu Besuch. Mein Auftrag, ich sollte Stab und Mitra mitbringen und den Kindern erklären, was so ein Bischof den ganzen Tag tut. Plötzlich meldet sich dieses Mädchen, zweite Klasse und sagt, Herr Bischof, es gibt gar kein Fegefeuer. Ich, ein bisschen verdutzt, weil das gar nicht zum Thema passte, frage vorsichtig, woher weißt du das denn? Die Kleine, das hat uns unsere Religionslehrerin erklärt. Sag ich, sag mal, was sie euch denn so genau erklärt hat. Daraufhin das Kind, die hat gesagt, ein Fegefeuer gibt es nicht. Es gibt nur eine Himmelsschule. Da geht man rein, wenn man noch was lernen muss, bevor man in den Himmel kommt. Ist das nicht eine super Vorstellung? Eine Himmelsschule, das ist das Fegefeuer. Nach meinem Tod kann ich noch einmal in die Himmelsschule gehen. Ich darf nachholen, was ich hier auf Erden versäumt habe zu lernen. Vielleicht passe ich noch nicht so ganz zu all den Heiligen, die so liebevoll und friedfertig so glücklich sind. Okay, für manchen ist die Schule vielleicht auch kein angenehmer Ort gewesen, aber wer in die Himmelsschule geht, für den ist schon mal klar, er wird fit gemacht für den Himmel. Da kommt er sicher hin. Im Nachtgebet heute danke ich Gott für diese Chance. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. Und daivahein Kirchhofen Und daivahein Kirchhofen Und daivahein Kirchhofen Und daivahein Kirchhofen und hier Ach Claro, ich